Ja hallo liebe Freunde meines Kanals, ja jetzt macht er es ja doch, ein Minecraft Let's Play. Ja, habe ich mich jetzt endlich dazu entschieden und zwar habe ich das schon auf Facebook geschrieben. Ich spiele Minecraft schon sehr lange jetzt auf der PS3, also sehr lange seit es jetzt rausgekommen ist, seit einem Monat. Was für jemanden wie mich aber schon sehr lange ist, deswegen, ja, habe ich mir jetzt mal gedacht, hm, könntest du eigentlich auch mal Minecraft Let's Play starten? Habe aber früher immer gesagt, dass ich, ja, ich will nicht auf diesen Erfolgszug aufspringen, habe ich immer gesagt. Und ja, auch sehr lange eigentlich auch daran festgehalten, aber wie es halt ist, irgendwann mal hatten mir das Spiel dann doch so sehr Spaß gemacht. Da sich mir dachte, Mensch, jetzt könntest du ja eigentlich doch mal ein Let's Play dazu starten. Und ja, jetzt sind wir hier und ich habe euch ja auch auf Facebook gefragt, die meisten haben gesagt, hey, klar, mach. Ach, naja, gut, egal. Ich habe jetzt hier auf einer neuen Welt angefangen, den Seed könnt ihr in der Videobeschreibung nachlesen. Ich habe noch kein HD-Texturen-Pack, das werden jetzt die ersten sicherlich schon längst festgestellt haben. Das liegt einfach daran, dass ich mich noch bis jetzt für keins entscheiden konnte. Und ja, das Misa habe ich schon mal ausprobiert und dieses, äh, John Smith, aber, ja, das hat mir alles noch nicht so ganz zugesagt. Aber ich habe schon einen coolen Shader-Filter drauf. Äh, Shader-Filter, Filter-Shader. Ihr wisst, was ich meine. So ein Shader-Ding. Oha. Krass. Ist halt gleich eine Höhle. Mensch, hab ich hier für einen geilen Start. Gleich alles in der Nähe. Wo es jetzt ziemlich... Na, es geht. Irgendwie backt das hier mit den Schatten noch ein bisschen rum. Oder es sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Okay. Ja, ich spiele im Modus Überleben. Das heißt, ich müsste mir relativ fix eine Unterkunft suchen. Und da es auf der PS3-Version irgendwie nicht so eine coolen Häuser hier gibt. Zumindest habe ich noch keins gesehen. Oh mein Gott. Hm. Hilfe. Hilfe. Ich glaube, hier kann ich nicht einfach reingehen, oder? Ich meine, das Haus gehört mir ja nicht. Ich glaube, da sollte ich mir selbst eins bauen. Das sollte ich auch relativ fix machen, bevor ich hier auf meine erste Erkundungstour gehe. Ja, was wird euch hier nämlich erwarten im Let's Play? Und zwar will ich Minecraft eigentlich nur so im Überlebensstil spielen. Jetzt also nicht so mit, ich baue euch irgendwas Tolles vor. Sondern halt eher so im Stile von... Dass ich halt mir die Höhlen anschaue, mir die Welt anschaue. Und mal gucken, wie weit ich dabei so komme. Und jetzt überlege ich auch gerade. Ähm, ich habe zwar schon einiges an Holz. Ich brauche erst mal eine Werkbank. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Holz. Weil ich muss mir, wie gesagt, noch ein Häuslein bauen, dass ich hier für die Nacht abgesichert bin. Wenn dann die fiesen Zombies kommen. So. Besser reinkomme. Ach, ich liebe diese Musik in diesem Spiel einfach so dermaßen. Es hat einfach so was Beruhigendes. Ähm, auf der Couch hocken und da Minecraft spielen. Zumindest auf der PS3. Warum ich es jetzt nicht auf der PS3 spiele. Liegt einfach daran, äh, dass es auf dem PC halt cooler ist mit den ganzen Filtern und den ganzen Mods. Ich habe nämlich auch noch die Quick Craft Mod mit dabei. Weil ohne die komme ich schon fast gar nicht mehr zurecht. Weil auf der Konsole gibt es, gibt es sowas ähnliches. Weil diese Quick Craft Mod ist ja nur eine Übersetzung oder eine Portierung von diesem Feature. Dass man eben auf der Konsole nicht alle Rezepte wissen muss. Sondern eben alle schön vorgelegt bekommt. So, okay. Ich würde sagen, das habe ich jetzt schon mal relativ viel Holz hier. Oh, nicht Holz in der Hütten. Kann man nicht eigentlich kaputt schlagen? Die Starterkiste. Nö. Aber ich kann die Kiste mal mit benutzen. Und ich kann mal die Fackeln hier mal abbauen. Dann habe ich ja schon gleich mal ein paar Fackeln. Das ist sehr gut. Eine der geschenkten Fackel schaut man ja nicht ins Maul. Sollte man eh nicht tun, dann verbrennt man sich. Und jetzt baue ich mir erstmal ganz schnell eine Werkbank. Dazu brauche ich natürlich Holz. Gut. Wie Minecraft funktioniert, brauche ich hier wohl keinem mehr zu erklären. Das wisst ihr viel besser als ich. Also von daher könnt ihr eher mir Minecraft erklären. So. Würde ich mal sagen, machen wir uns erstmal schnell ein kleines Trühchen zurecht. Äh, eine Werkbank zurecht. Yay, Errungenschaft erzielt. Fortschrittliches Handwerk. Los geht's. Ich mache da hin. Und dann könnt ihr sehen. Haha, jetzt habe ich nämlich hier mein Quick Craft. Wer das noch nicht kennt, ich finde es ziemlich geil. Okay. So. Ähm. Aber hiervon brauche ich erstmal noch nichts. Denn. Ich. Doch. Ich könnte mir schon mal. Ne. Für Bett brauche ich Wolle. Dann muss ich erstmal vorher Schafe suchen gehen. Aber ich höre hier schon Schafe. Ich habe kein Eisen. Deswegen kann ich keine Schere machen. Das heißt, ich muss das Schafe jetzt hier erstmal töten. Oh, Arme ist scharf. Arme ist scharf. Oh, ich brauche genügend Wolle, dass ich mein Bettchen daraus machen kann. Und dann baue ich mir aus irgendetwas. Wahrscheinlich baue ich in der Höhle da einfach schnell ein paar Steine ab. Die Zeit habe ich ja hoffentlich. So, habe ich jetzt genügend Wolle? Ne, ich habe nur zweimal Wolle. Reicht das nicht schon für ein Bett? Musik hat irgendetwas Psychodelisches. So. Äh. Was brauche ich dafür noch? Irgendein Material brauche ich dafür noch? Ah, wahrscheinlich nochmal Wolle, oder? Der schwarze Block. Ich glaube, das könnte Wolle sein, oder? Ne. Das ist keine Wolle. Was ist das für ein komischer Block? Ich gucke einfach mal da oben. Da oben dürfte nämlich noch ein Schaf sein. So. Da habe ich dreimal Wolle. Ach, das sieht doch eigentlich schon ganz cool aus mit dem Standard-Texturenpack. Also, die meiste grafische Qualität kommt dann natürlich durch den Filter. Ja, genau. Es war wirklich nur Wolle. So, jetzt habe ich mein Bettchen gebaut. Das kann ich hier auch gleich mal hinstellen. So. Also, es ist noch alles noch sehr, äh, sehr spartanisch eingerichtet hier. Irgendwie auch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist ja auch erstmal nur zweckdienlich. So. Ja, dann baue ich hier rum halt einfach noch so ein bisschen eine Mauer. Und dann ist das doch eigentlich schon ganz gut. Gut, jetzt brauche ich dann bloß noch Steine. Das heißt, ich muss schnell ein paar Steine kloppen gehen. Und dann kommt mir doch eigentlich diese Höhle, die hier irgendwo in der Nähe war, die kommt mir doch dann eigentlich wie gerufen. Ach, da oben habe ich ja auch Steine. Alles klar, Herr Kommissar. So, klopfen wir erstmal gefühlte 200 Steine. Wie gesagt, also ich will jetzt hier Minecraft wirklich im Stil des Survivals und des Erkundens spielen. Jetzt also weniger, äh, hier eine Welt gestalten, sondern eher mir mal alles anschauen. Das ist das, worauf ich Bock habe. So, nee, den Kies möchte ich nicht. Ein bisschen Kohle wäre jetzt gar nicht, wenn ich schon mal Kohle finden würde. Das würde einige Probleme lösen, die relativ fix auf mich zukommen, nämlich die Probleme des Nichtssehens. Aber Kohle findet man eigentlich relativ schnell, habe ich gemerkt. So. 42 Steine, na, ich glaube, da brauche ich wesentlich mehr. Ich glaube, mein erstes Haus hatte um die 100, 200 Steine gebraucht. Das war echt nur sowas Behilfsmäßiges, dass ich etwas habe für die Nacht, äh, für die Nacht, wenn die bösen Monster kommen und mich jagen. Kommen die hier überhaupt? Ich weiß es nicht. So, jetzt lässt sich langsam das Licht ein bisschen nach. Es wird finster in der Tiefe. Uh. So. Zup, zup. Zup, 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 zup. So. Die Eingangstür, die baue ich dann woanders hin. Keine Ahnung. Es gibt keine Eingangstür in meinem Haus. Soweit kommt es noch. Eine Eingangstür. Wir haben doch bloß Spießer, sowas. So. Okay, ich sollte mir doch langsam mal Gedanken über eine Eingangstür machen. Und Gedanken haben, wie ich an die hintere, ach doch, an die Werkbank komme ich noch an. Ach, super. Dann wirst du jetzt hier halt zur Eingangstür erstmal abkommandiert. So. Ja, wie gesagt, es geht jetzt erstmal nur darum, dass ich ganz schnell was für die Nacht habe. Weil ihr könnt da oben schon sehen, es wird langsam etwas dunkler. Und Dunkelheit ist nicht cool. So. Oh Gott, es wird ja richtig schnell dunkel. Hilfe. Vielleicht habe ich doch gar nicht meine Tür gebaut. Ich habe keine Lust, eigentlich die Nacht hier im Freien zu verbringen. Ich glaube, meine Steine reichen wenigstens aus. Naja. Wenigstens etwas. Oh, was für ein Qualitätshaus baut er hier. Das ist ja ultimativ fantastisch. Hammer. Hammer. Da könnte ich ja direkt den nächsten Wettbewerb mitgewinnen. So, jetzt brauche ich eine Tür. Jetzt kenne ich mich natürlich in dieser Oberfläche noch überhaupt nicht aus. Aber es muss ja auch theoretisch eine Tür geben. Weil sonst müsste ich jetzt nämlich gucken, wie man eine Tür baut. Und da ich bisher Minecraft nur im Easy-Mode gespielt habe, weiß ich das sonst nicht. Aber ich habe mir schon geholfen. Und, oh Gott, es ist schon... Oh mein Gott. Hilfe. Wo geht es rein in mein Haus? Irgendwo mein Haus. Hier ist mein Haus. Wir sagen, wir bringen jetzt hier erstmal eine Fackel an. Ein bisschen für Licht zu sorgen. So. Dass hier kein Unhold auf böse Ideen kommt. Und dann würde ich sagen, stellen wir uns hier schon das Türchen hin. Und da ist es fertig. Mein erstes Haus. Naja, es reicht aus. Es ist zweckmäßig. Und ich kann wunderbar darin schlafen, liebe Leute. Und, ja, jetzt bin ich wieder fit und munter und starte in den Tag. Gucken wir mal mein Häuslein von außen an. Super. Es sieht eigentlich schon mal gar nicht so übel aus. Aber natürlich ist es absolut nur zweckdienlich. Also hier passt vielleicht noch ein Ofen hin. Dann habe ich wirklich so alle Mindestdinger zusammen, die man überhaupt so benötigt. Aber, was wir jetzt erstmal machen. Und zwar bauen wir uns ein paar Werkzeuge zusammen. Nämlich ein paar Spitzhacken. Und wir brauchen dazu noch ein paar Stöcker. Machen damit noch ein paar Spitzhacken. So, jetzt habe ich erstmal vier Spitzhacken. Das sollte ja erstmal reichen, um ein bisschen auf die Tour zu gehen. Aber wir gucken uns erstmal das Dorf da hinten an. Unsere Nachbarn. Jetzt, wo ich hier als Einsiedler hier draußen im Feld lebe. Da schauen wir doch mal, ob wir nicht da so ein bisschen Glas klauen können oder so. Oder eine Fackel da oben abhauen können. Haben wir hier Schönes. Sieht aus wie ein Ausguck. Ja, hier oben steht dann der Bogenschütze und bewacht das Dorf. Piu, 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 piu. Und da hinten sind die reichen Berge des öden Ödlands. Denn hier ist irgendwie nix los. Ähm. Ich will hier runter. Hilfe. Ah. Hey. Ah ja. Gut. Haben wir hier noch ein leer stehendes Haus. Da waren wir vorhin schon drin. Da wächst Gras drin. Ist also das Hippiehaus. Das ist das Hippiehaus. Boah, hier. Das sieht ja wesentlich besser aus als das Steinhaus, was ich gebaut habe. Oh, mir dieses Hippiehaus schon auf den Kekse. Kann man mit denen irgendwie kommunizieren? Ah, cool. Jetzt kann ich mit denen handeln. Äh. Okay. Wenn ich einen Smaragd hätte, könnte ich ihn gegen elf Pfeile tauschen oder sowas. Aha. Okay. Hm. Oh, hier. Da haben die schon ihr eigenes Feld hier aufgebaut. Mensch. Kraut und Rüben. Und da hinten geht es zum Strand. Der Strand des endlosen Meeres. Ja. Und da schauen wir in die Ferne. Ein bisschen hügeliger könnte das sein. Aber es sind ja auch erst die ersten Schritte hier in meiner Welt. Und ich muss sowieso bald gucken, denn mit drei Broten und sechs Äpfeln überlebe ich natürlich nicht ewig. Oh, was haben wir hier? Okay. Ich würde sagen, um erstmal ein bisschen weiter zu kommen, mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach Kohle. Ganz einfach, äh, damit, äh, damit wir hier auch mal Fackeln bauen können, dass ich dann hier wirklich in der Lage bin, so tiefer in die Höhlen und Berge einzudringen. Und die erste Höhle war doch schon hier hinten gleich gewesen. Ach, da hinten habe ich schon überall auch Löcher. Läuft übrigens ziemlich gut, möchte ich sagen. Also dafür, dass ich jetzt hier echt noch so ein paar Qualitätsdinger drin habe. Ja, aber hier war doch eigentlich was gewesen. Oder täusche ich mich jetzt da? Ich war auf dem Weg zum Dorf und bin der Meinung, etwas gesehen zu haben. War das weiter oben? Hm? Und dann kommen wir zum nächsten Mal.